hallo freunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge outlaws of the old west so ich habe hier mal wieder ein bisschen vorbereitet und weil ich vergessen hatte hier wieder alles zu ernten bevor wir gegangen sind ist natürlich alles wieder ein wenig eingegangen egal so wir haben jetzt hier baumwollsamen reingehauen jetzt auch wenn wir noch jeweils 20 ich will immer mit rechts geht wieder minecraft gespielt das ist das so geht nicht mir so machen hallo jetzt ein wenig langsam heute das war mein telefon so der einmal ist so gut wie leer dort trinken soll das war nicht aber ist egal ich habe mir auch schon mal noch ein zweites beet ein drittes bietchen das erste gleich nochmal auf zweiter genommen gut wunderbar so ja noch die restliche baumwolle rein hier machen wir hier ist mein schöner weizen das und ein baumwolle und noch ein bisschen gepflanzenfasern damit wir hier ein bisschen weiter unser 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 feld anbauen betreiben können in der bewegung felder bauen können so jetzt räume ich das zeug erstmal wieder weg und dann fahren wir noch mal erfahren wir reiten nochmal zum händler um das hier zu verkaufen die 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 da so auto stack auto sword einen stamm können wir noch ein tun haben wir jetzt aktuell gerade eigentlich bretter er 23 stück ich wollte auch was bauen machen wir mal eben noch mal schnell alle herstellen das war dann ein kleines leck wie ist das hier heute schon wieder gruselig hast du das ja was das die goldenen sind also besser als die die wir jetzt haben aber hey wir spielen kein pvp wir spielen los gegen bandidos den ist unser den ist unser so 273 reicht also immer noch nicht für ich habe das glaube ich immer noch nicht verstanden wie das mit den pferden funktioniert hier das ist ja gar nicht der pferdemann er kann es kaufen ich will ja eins verkaufen wie tue ich das musste ein quarter danke ich werde keins kaufen kann hier auch nicht umstellen immer guter freund wenn du mir das noch mal für ganz dumme in den kommentaren erklären könntest du wäre ich dir sehr verbunden so ich will noch ein bisschen holz mitnehmen große bäume was hier auch mal lohnt 60 ist besser wie gar nichts so von der kleinen linie wurde mir sowieso nicht geraten das hatte ich auch nicht vorhin zu bauen weil auch irgendwie immer die egel hier gab es glaube ich bloß in der wüste mal maultiere besser gesagt soo jetzt haben wir wieviel holz oder geht da ist ein großer baum oder geht da ist ein großer baum den kann man mitnehmen ist ein großer baum können wir gleich sehen nein da ist ein großer baum da ist ein großer baum da können wir jetzt mal wieder ein paar bräder mit bauen das wächst hier alles schon fleißig vor sich hin mal licht hier schlimm licht ah vorher habe ich nicht gefunden die nehmen wir mit beschleißen nehmen wir mit das nehmen wir auch mit mal nochmal welche so wir brauchen auch 30 dollars das da ist hier nicht irgendwas von wert irgendwie ok knarren vier stück müsste reichen eigentlich für unsere mine ja aber reicht noch nicht nix leichter als das haben wir genug die gartenhacke nicht die spitzhacke und die 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 restlichen bretter hier schon mal das raus, das raus, das raus, seil, ne Ölpumpe brauchen wir ja dann auch, die brauchen ja Öl, ne? das hier, die Ölpumpe wo waren die? oder war die hier? tü, 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 dann muss man die auch kaufen tja, die sind doch, 20 Eisenbahnen, 100 Bretter, 10 Leder haben wir, äh, Eisenbahnen brauchen wir gucken, ob wir hier noch welche haben natürlich nicht natürlich nicht ok, dann wird unser Eisen irgendwie doch gerade so ein bisschen knapp äh äh zieh oh gut, wird doch noch nicht so knapp aber unser Holz reicht hinten und vorne nicht ja, müssen wir wohl noch mal ein bisschen was holen hm hm die knapp reichen für 100 Bretter so, jetzt verkaufen wir die knifften oh, die schweine, ne? diese schweine diese schweine von der lautstärke her gehen die mir tierisch auf den Sack hallo, nein da warst du hallo, freund äh jawoll so ist dem doch schick noch mal Weizen da schwebt ein Zaun in die Luft ja, schon wieder wir können schon wieder nicht schnell reiten weil wir vergessen haben vor dem Abspringen zu bremsen so, können wir hier schon ernten? Anf können wir ernten Baumwolle können wir ernten das ist noch nicht soweit Harvest 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 ich hab keinen Samen nicht schade ich hab auch was einmalsam das ist auch schade na gut ähm ich schmeiß mich das da rein das da rein das da rein und die Seile auch da rein so Briefkasten Cartrage eine Goldmine nach rechts hinten Gegenstand erhalten sehr schön wenn wir diesmal Goldmine zubetreten hm hm ah ok äh äh äh, hallo hallo äh, ich seh nix jetzt häng ich hier fest irgendwie wenn er's nur so machen kann doch sehr schön jetzt brauchen wir die ölpumpe ist der ordner kann ja mal passieren hier wir kriegen zwar in der mine unten wahrscheinlich gleich genügend nachschub davon aber haben ist besser wie brauchen soo wir müssten hier mal wieder ein paar bieren rein tun würde ich sagen wo unser pferdchen hier verhungert hier ist ja nichts mehr drin hier 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 ist fertig jetzt brauchen wir noch zehn davon jetzt können wir unsere ölpumpe bauen können wir nicht ach so ach leder kein rohleder nach mir doch dass ich rohleder brauche äh dass ich leder brauche genau genau gereicht ähm ein bau ein bau ein bau ein bau und jetzt entdecken lampe können wir uns auch mal machen vielleicht können wir damit ja kaffee kochen ich weiß nicht was ich mir die baumwolle machen soll aber haben ist besser wie brauchen machen wir gar nicht raus das ist einmal so jetzt können wir unser jährchen oder was das nächste feld bauen ganz viel zeug hier sind ja noch 19 bärchen mensch so da können wir nämlich das in den futterslot tun und das da rausnehmen ist jetzt endlich mal eine kühlpumpe für die drei stellen wir hier auch noch irgendwo in die gegend ein glück dass ich jetzt hier suchen muss erst und kann man die kohle brauchen wir moment die kohle 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 erstmal kohle für den kessel für den dampfkessel ohne so dann müssen wir jetzt kurz warten hier ich pausiere die erweilen mal kurz die aufnahme und dann sehen wir uns gleich wieder so paar minuten gewartet dann schauen wir mal hat er schon hat er schon noch nichts schon fertig ist ja schon fertig und nichts wie sie sehen sehen nichts da ist da ist naja gut man ist wohl immer wieder darauf angewiesen zwischendurch ein wenig zeug zu kaufen oh gott hier können so viel stoff machen wir können so viel stoff herstellen und das werden wir jetzt auch mal tun das werden wir jetzt auch mal tun ihr seid noch am wachsen ja mal vorbeischauen das muss ich auch mal reinräumen hier kommen das geht ja so gar nicht ja dann werden wir das mal drinnen verfrachten damit das hier nichts mehr so draußen wie ich rumsteht wir haben ja meine treppe nach oben hier schön hier so an die beiden fenster nicht dekorativ hier in die ecke gestellt hier können wir halt dekorativ irgendwas in die ecke schmeißen so so den rest schmeißen wir hier rein und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und gehen dann vielleicht in die mine oder so ich weiß nicht mal gucken wie mir das öl denn holt ist vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge ciao